Wir waren jetzt, helft mir, bei Tagesordnungspunkt 79. Das haben wir. Nein, da kommen wir jetzt zu. Alles klar. Ich komme zu Tagesordnungspunkt 79. Das sind die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 20 4442. Hier hat die Fraktion DIE LINKE mitgeteilt, dass sie die Petition 00152-20 getrennt abgestimmt haben möchte. Ich lasse daher zuerst über diese Beschlussempfehlung abstimmen. Wer ist für die Annahme der Beschlussempfehlung zu der Petition 00152-20? Das sind die AfD, die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90 und die Grünen, die Sozialdemokraten. Wer ist dagegen? Dagegen sind die Fraktion DIE LINKE und der Abg. Kahnt. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich lasse nun über die übrigen Beschlussempfehlungen der Drucksache 20 4442 abstimmen. Wer stimmt diesen Beschlussempfehlungen zu? Das sind CDU, Freie Demokraten, AfD, Bündnis 90 und die GRÜNEN, die SPD, DIE LINKE und auch der Abg. Kahnt. Gibt es jemanden, der dagegen stimmt oder sich enthält? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir die Beschlussempfehlungen angenommen.